Guten Tag, Steffen Lukas und die Peggy. Wir sind hier die Belegschaft vom Kenny S. im Paunsdorf Center. Wir sind ihr Spezialgeschäft für Damen-Obertrikotagen. Also das Ganze hat einen Grund. Die Peggy darf einen Tag Auszeit genießen. Und zwar in der Sachsen-Therme darf sie sich mal verwöhnen lassen von einem Masseur. Sie darf den ganzen Tag planschen und ich werde den ganzen Tag ihren Laden schmeißen hier. Leider Obertrikotagen und nicht Untertrikotagen, aber vielleicht ist es auch ganz gut. Zur Zeit haben wir keine Kundschaft hier. Wir warten. Ich habe auch schon versucht, Kundschaft zu zwingen, in diesem Laden zu kommen. Aber das ist hier so am Rückentag. Der Kunde ist halt König und da kommt wann er will und kauft, was er will. Nun habe ich ja schon das erste Verkaufsgespräch auch absolviert an der Kundin. Peggy, wie habe ich mich denn so gemacht? Ganz super. Ein sehr offener und freundlicher Verkäufer und hat herausgefunden, was die Kundin will. Leider wollte sie das spezielle Teil nicht. Und sie hat natürlich auch die Standardantwort parat gehabt. Ich habe sie gefragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich gucke nur. Da haben wir sogar Hals, mir Verkäuferin, wenn wir den Satz hören. Das ist mir schon allergisch.